Doris Day doesn't know where her money is, she's broke, she's in debt, that sort of thing. Right. You were not aware of any of this happening. I was not aware. I trusted my husband. Die Nachricht vom Ableben der legendären Schauspielerin und Sängerin Doris Day, bekannt als Amerikas Mädchen von nebenan, im Alter von 97 Jahren, hat viele berührt. Selbst in den glanzvollsten Momenten des Ruhms tragen Prominente oft verborgene Lasten und erleben Neid, was verdeutlicht, dass sein Leben im Rampenlicht nicht immer mit Glück gleichzusetzen ist. Heute möchten wir einen Blick auf das Leben von Doris Day werfen, eine herausragende Persönlichkeit der 50er und 60er Jahre, die durch ihre bezaubernden Lieder und fesselnden Filmrollen bekannt wurde. Hinter dem glitzernden Vorhang ihrer Karriere verbirgt sich eine Geschichte voller Triumphe und Herausforderungen, die die Komplexität von Days Lebensweg beleuchten. Doris Mary Kappelhoff, besser bekannt als Doris Day, wurde am 3. April 1992 in Cincinnati, Ohio geboren. Sie war die Tochter von Alma Sophia und William Joseph Kappelhoff, die beide stolz auf ihre deutschen Wurzeln waren. Alma kümmerte sich um den Haushalt, während William Musiklehrer und Chorleiter war und seine Liebe zur Musik und Kultur an seine Tochter weitergab. Die junge Doris, benannt nach der berühmten Schauspielerin Doris Kenyon, wuchs in der lebendigen Atmosphäre der deutschen Gemeinde von Cincinnati auf. Ihr Großvater väterlicherseits, Franz Josef Wilhelm Kappelhoff, hatte nach seiner Einwanderung im Jahre 1875 die Wurzeln der Familie in den Vereinigten Staaten geschlagen. Während Doris Kindheit musste ihre Familie mit Schwierigkeiten kämpfen und ihre Eltern trennten sich, als sie erst gerade mal 10 Jahre alt war, aufgrund der Untreue ihres Vaters. Trotz dieser Herausforderungen entdeckte Doris schon in jungen Jahren ihre Leidenschaft für den Tanz. Sie bildete mit Jerry Duerty ein faszinierendes Tanzduo, das Mitte der 30er Jahre das Publikum im ganzen Land begeisterte. Doch am 13. Oktober 1937, während einer verhängnisvollen Autofahrt mit Freunden, endete sich alles schlagartig. Ihr Fahrzeug kollidierte mit einem Güterzug, wobei Doris ihr rechtes Bein brach. Diese vorzeitige Verletzung zerstörte ihre Träume von einer professionellen Tanzkarriere. Aber die Welt sollte bald erkennen, dass dies nur der Auftakt zu ihrer außergewöhnlichen Reise war. Während Doris sich von einem Autounfall erholte, offenbarte sich ihr eine bemerkenswerte Fähigkeit. In dieser Zeit entdeckte sie ihre Gesangsstimme, die die Welt der Musik für immer verändern sollte. Fasziniert von den Melodien, die aus dem Radio erklangen, sang Doris die Lieder von Benny Goodman, Duke Ellington, Tommy Dorsey und Glenn Miller nach. Doch inmitten dieser Fülle von Klängen war es der samtige Ton von Ella Fitzgeralds Stimme, das ihr Herz berührte. Doris ahmte jeden Tonfall von Fitzgerald nach und absorbierte die Nuancen ihrer Phrasierung mit einem unstillbaren Hunger nach musikalischer Meisterschaft. Alma Day erkannte das aufkeimende Talent ihrer Tochter und arrangierte Gesangsstunden bei Grace Rain. Nach nur drei Unterrichtseinheiten erkannte Rain scharfsinnig das enorme Potenzial von Doris und gewährte ihr daraufhin drei Unterrichtsstunden pro Woche zum Preis von einer. Sie ahnten nicht, dass diese Investition Doris musikalische Karriere maßgeblich beeinflussen würde. Während Doris ihr Handwerk unter Rains Anleitung verfeinerte, begann sie gleichzeitig ihren Weg in die Berufswelt. Mit Auftritten als Sängerin im WLW-Radio-Programm Collins Carnival und als bezaubernde Stimme im Charlie Yee's Shanghai Inn begannen Doris sanfte Töne allmählich die Gemüte der Zuhörer zu bewegen. Während dieser Auftritte griff das Schicksal erneut ein, diesmal durch Barney Rap. Er suchte nach einer Sängerin für seine Band und Doris Stimme weckte sein Interesse. Selbst nachdem er viele Sängerinnen angehört hatte, ragte Doris Stimme heraus und hinterließ einen bleibenden Eindruck bei Rap. Mit jedem gesungenen Lied rückte Doris Day den Ruhm näher. Ihr Talent schien grenzenlos wie der unendliche Himmel. Im Jahre 1939 markierte das Schicksal einen entscheidenden Moment in Doris Days musikalischen Werdegang, als ihr ein Künstlernamen verliehen wurde, der in die Musikgeschichte eingehen sollte. Barney Rap erkannte die Notwendigkeit eines kürzeren Namens für die Werbung und taufte sie auf den Namen Doris Day, inspiriert von ihrer mitreißenden Interpretation der zeitlosen Melodie Day After Day. Mit ihrer neuen Identität im Gepäck begab sich Doris auf eine musikalische Reise, die sie auf die Bühnen berühmter Bandleader wie Jimmy James, Bob Crosby und den berühmten Les Brown führte. Unter Browns Anleitung begannen Doris melodische Fähigkeiten wirklich zu erblühen. 1941 gab Doris ihr Debüt als Sängerin in Three Soundies an der Seite der Les Brown Band und legte damit den Grundstein für ihren kometenhaften Aufstieg in die Öffentlichkeit. Doch erst die Veröffentlichung ihres ersten Hits, Sentimental Journey, Anfang 1945 katapultierte sie in die Stratosphäre der musikalischen Anerkennung. Dieses herzergreifende Lied wurde schnell zu einer Hymne für die tapferen Soldaten des Zweiten Weltkriegs, die ihre sehnsüchtigen Herzen und Träume tief berührte. Sein nachhaltiger Einfluss bleibt eng mit Doris Namen verbunden, da spätere Aufnahmen seine zeitlose Anziehungskraft weiterhin bestätigen. Als sich der Krieg dem Ende zuneigte, stieg Doris Stern weiter auf, mit einer Reihe von Chart-Hits, die ihren Status als eine der herausragenden Sängerinnen dieser Ära festigten. Titel wie My Dreams Are Getting Better All The Time, Taint Me Until The End Of Time zogen ein breites Publikum in ihren Bann und verschafften Doris einen Platz im Pantheon der Musiklegenden. Sie wurde von allen Seiten hoch gelobt. Und Les Brown selbst bezeichnete Doris als eine Sängerin, die es mit Bing Crosby und Frank Sinatra aufnehmen konnte. Tatsächlich schuf Doris Day mit jedem Ton, den sie sang, ein musikalisches Vermächtnis, das noch Generationen überdauern sollte. Während ihrer Zeit mit der Les Brown Band und ihren Auftritten in Bob Hope's Radioshow bereiste Doris Day fast zwei Jahre lang die Vereinigten Staaten und verzauberte das Publikum mit ihrem bezaubernden Gesang. Ihre Interpretation von Embraceable You weckte das Interesse der renommierten Songwriter Drew Stain und Sammy Kahn, die sie enthusiastisch für eine Rolle in dem Film Romance on the High Seas vom Jahre 1948 empfahlen. Trotz ihrer mangelnden schauspielerischen Erfahrung erhielt Day beim vorsprechenden Vorregisseur Michael Curtis die Rolle. Curtis war von ihrer Natürlichkeit beeindruckt und sah in ihr das typische amerikanische Mädchen, das durch ihre Sommersprossen zusätzlichen Charme gewann. Der Film markierte nicht nur Day's Leinwanddebüt, sondern bescherte ihr auch einen Solo-Hit mit It's Magic, der schnell auf Platz zwei der Charts kletterte. Kurz darauf erreichte sie mit Love Somebody, einem Duet mit Buddy Clark, die Spitzenposition. Ihr stimmliches Talent zeigte sich weiterhin in Aufnahmen wie Someone Like You einem Vorgeschmack auf ihren Auftritt in dem Film My Dream Is Yours vom Jahre 1949. 1950 bewies Day ihre Vielseitigkeit als Sängerin durch die Zusammenarbeit mit dem Polkermusiker Frankie Jankovic, was ihr die Bewunderung der in Korea stationierten US-Soldaten einbrachte. Doris Day's kometenhafter Aufstieg setzte sich mit ihrem kommerziell erfolgreichsten Film für Warner Brothers I'll See You In My Dreams vom Jahre 1951 fort. Unter der Regie von Michael Curtis brach diese musikalische Biografie des Textdichters Gus Kahn alle Kassenrekorde und war bereits die vierte Zusammenarbeit von Day mit Curtis. Nach diesem Erfolg bewies Day erneut ihre Vielseitigkeit, indem sie die Titelrolle in dem komediantischen Western-Musical Calamity Jane vom Jahre 1953 spielte. Der Titelsong des Films, Secret Love, gewann den Academy Award für den besten Originalsong und erreichte als Day's vierte Nummer 1-Hit-Single in den Vereinigten Staaten die Spitze der Charts. Von 1950 bis 1953 wurde Day's musikalisches Können durch den Erfolg von sechs Film-Soldtracks unterstrichen, von denen drei den begehrten Platz 1 der Charts erreichten. Trotz ihres anhaltenden Erfolgs beim Film entschied sich Day nach Filmen wie Lucky Me mit Bob Cummings und Young at Heart mit Frank Sinatra ihren Vertrag mit Warner Brothers nicht zu verlängern. Neben ihrer Filmkarriere trat Day von 1952 bis 1953 in ihrer eigenen Radiosendung der Doris Day Show auf CBS auf und festigte damit ihren Status als vielseitige Entertainerin. Nach ihren Wurzeln in der Musikkomödie wagte sich Doris Day in dramatischen Gefilde vor und stellte dabei ihre Vielseitigkeit als Schauspielerin unter Beweis. Ihre herausragende Leistung als Sängerin Ruth Edding in Love Me or Leave Me vom Jahre 1955 an der Seite von James Kanye war ein entscheidender Moment in ihrer Karriere. Der von der Kritik gelobte und auch kommerziell erfolgreiche Film festigte Days Ruf als herausragende Schauspielerin. Kanye selbst lobte ihre Fähigkeit, tiefe Gefühle mit müheloser Einfachheit zu vermitteln und zog Parallelen zur Broadway-Legende Lorette Taylor. Auch Day selbst betrachtete den Film als ihre herausragendste schauspielerische Leistung. Trotz des überwältigenden Erfolgs des Films war die Branche erstaunt darüber, dass Day bei den Oscar-Nominierungen nicht berücksichtigt wurde. Und der Produzent Joe Pestanek äußerte sich fassungslos über dieses Versäumnis. Das Soundtrack-Album zum Film spiegelte den Triumph des Films wieder und erreichte Platz 1 der Charts. Mit Alfred Hitchcocks spannungsgeladenen Film The Man Who Knew Too Much, in dem sie 1956 an der Seite von James Stewart zu sehen war, erweiterte Day ihr Repertoire an dramatischen Rollen. Als sie das berühmte Lied Que sera sera, whatever will be will be sang, wurde sie mit einem Oscar für den besten Originalsong ausgezeichnet. Dies führte dazu, dass die Menschen sie auf unterschiedliche Weise als talentierte Persönlichkeit wahrnahmen. Der Erfolg des Films war beachtlich und machte ihn zu Days 10. Film, der in den Top 10 der Kinokassen landete. In dem Film Noir Thriller Julie übernahm Day an der Seite von Louis Jourdan die Hauptrolle und festigte damit ihren Ruf als eine der vielseitigsten weiblichen Hauptdarstellerinnen Hollywoods, die das Publikum immer wieder mit ihren schauspielerischen Fähigkeiten beeindruckt. Nach einer Reihe von dramatischen Rollen kehrte Doris Day mit Begeisterung zu ihren musikalischen, komödiantischen Wurzeln zurück und spielte an der Seite von John Raid die Hauptrolle in The Pyjama Game, einer Verfilmung des beliebten Broadway-Stücks. Damit kehrte sie auf wunderbare Weise zu dem Genre zurück, das sie zu Beginn ihrer Karriere beim Publikum so beliebt gemacht hatte. Ihre komödiantische Seite zeigte sich auch in Paramounts Teacher's Pad, wo sie das Rampenlicht mit den Leinwand-Ikonen Clark Gable und Gig Young teilte. Ihr komödiantisches Talent bewies sie auch an der Seite von Richard Widmark und Gig Young in der romantischen Komödie The Tunnel of Love und an der Seite von Jack Lemmon in der charmanten Komödie It Happened to Jane. Obwohl sie als Sängerin sehr erfolgreich war und in den 10 Jahren von 1949 bis 1958 neunmal zur besten Sängerin gewählt wurde, wurde Day durch ihren Wechsel zum Film noch populärer. Sie wurde ein großer Kastenschlager, der ihren Erfolg als Sängerin in den Schatten stellte. Mit dem Erfolg an den Kinokasten 1959 begann für Doris Day der Höhepunkt ihrer Filmkarriere und der Beginn einer goldenen Ära romantischer Komödien, die das Publikum auf der ganzen Welt in ihren Bann zogen. Alles begann mit Pillow Talk, einem köstlichen Liebesfilm mit dem charismatischen Rock Hudson und dem temperamentvollen Tony Randall in den Hauptrollen. Dieses kultige Trio eroberte nicht nur die Herzen der Zuschauer, sondern brachte Day auch eine Nominierung für den Soul Academy Award als beste Schauspielerin ein. Der Erfolg von Pillow Talk ebnete den Weg für zwei weitere reizvolle Kollaborationen zwischen Day, Hudson und Randall in Lover Come Back und Send Me No Flowers und festigte ihren Status als beliebtes Filmtrio. Über ihre Filme mit Hudson hinaus spielte Day mit David Niven und Janice Page in Please Don't Eat the Daisies. Sie teilte auch lustige Momente mit dem großartigen Cary Grant in That Touch of Mink. In dieser Zeit erlebte Days Popularität einen sprunghaften Anstieg, der sie von 1960 bis 1964 zu einem Topstar an den Kinokasten machte, ebenso wie die berühmte Shirley Temple. Ihr Leinwandcharme setzte sich mit James Garner in The Thrill of It All und Move Over Darling Fort, dessen Titelsong von ihrem Sohn mitgeschrieben, Platz 8 der britischen Charts erreichte. Inmitten dieser komödiantischen Triumphe zeigte Day ihre dramatische Bandbreite an der Seite von Rex Harrison in dem fesselnden Thriller Midnight Lace, einer modernen Nacherzählung des Bühnenklassikers Gaslight. Nach dem Erfolg von Do Not Disturb begann Doris Days Stern allmählich zu verblassen, inmitten der sich verändernden Landschaft der späten 60er Jahre, die durch das Aufkommen der sexuellen Revolution gekennzeichnet war. Im Zuge des gesellschaftlichen Wandels geriet Day ins Visier von Kritikern und Komikern, die sie als älteste Jungfrau der Welt bezeichneten. Trotzdem begeisterte sie weiterhin das Publikum, auch wenn ihr Erfolg an den Kinokasten nachließ. Ihr letzter Film, der es in die Top 10 schaffte, war The Glass Bottom Boat. Eine bemerkenswerte Rolle, die Day ablehnte, war die der Mrs. Robinson in The Graduate. Eine Entscheidung, die sie aus moralischen Gründen traf, da sie das Drehbuch als geschmacklos und anstößig empfand, wie sie in ihren Memoiren ausführte. 1967 spielte Day die Hauptrolle in dem Western The Ballad of Josie und nahm das Album The Love Album auf, das jedoch bis 1994 unveröffentlicht blieb. Im folgenden Jahr zeigte sie ihr komöliantisches Talent in Where Were You When The Lights Went Out, einem Film, der sich um den Stromausfall im Nordosten des Landes am 9. November 1965 dreht. Ihr letzter Spielfilm, die heitere Komödie With Six You Get Egg Roll, wurde 1968 veröffentlicht. Trotz der sich wandelnden Filmlandschaft erhielt Day weiterhin Auszeichnungen für ihre Leistungen. Von 1959 bis 1970 erhielt sie neun Nominierungen für den Laurel Award, den sie viermal für ihre denkwürdigen Rollen in Komödien und Dramen gewann. Darüber hinaus erhielt sie von 1959 bis 1969 sechs Golden Globe Nominierungen, die ihre Vielseitigkeit in verschiedenen Genres, darunter Komödien, Dramen und sogar ihre Arbeit im Fernsehen würdigten. Nach dem unerwarteten Tod ihres dritten Ehemanns, Martin Melker, am 20. April 1968, wurde Doris Day mit einer schockierenden Enhüllung konfrontiert. Es kam ins Licht, dass Melker zusammen mit seinem Geschäftspartner Jerome Bernard Rosenthal ihre Finanzen schlecht verwaltet hatte, sodass sie mit erdrückenden Schulden belastet war. Rosenthal, der seit 1949 Days Anwalt war, verschlimmerte ihre Probleme noch weiter. Day ging im Februar 1969 gerichtlich gegen Rosenthal vor und gewann schließlich 1974 den Prozess. Doch erst 1979 erhielt sie nach einem langwierigen Grechtstreit endlich eine Entschädigung. Zu ihrem Leidwesen musste Day feststellen, dass Melker sie ohne ihr Einverständnis für eine Fernsehserie verpflichtet hatte, aus der schließlich The Doris Day Show wurde. Trotz ihrer Abneigung gegen das Fernsehen fühlte sich Day verpflichtet, die Serie weiterzuführen, um ihre Schulden zu begleichen. Die Show wurde am 24. September 1968 erstmals ausgestrahlt, mit einer neu aufgenommenen Version ihres kultigen Songs Que Sera als Titelsong. Day war zunächst unsicher, ob sie die Serie machen sollte, aber sie stimmte zu, als CBS ihr und ihrem Sohn mehr Kontrolle überließ. Die Serie lief fünf Jahre lang und hatte gewissen Erfolg, bleibt aber vor allem deshalb in Erinnerung, weil sich Besetzung und Geschichte in jeder Staffel änderten. Day zeigte während dieser schwierigen Zeit, in ihrem Leben Stärke und Entschlossenheit weiterzumachen. Nach dem Ende ihrer Fernsehserie im Jahre 1973 zog sich Doris Day weitgehend aus der Schauspielerei zurück und entschied sich für ein zurückgezogenes Leben. Dennoch kehrte sie gelegentlich auf den Bildschirm zurück und spielte in zwei Fernsehspecials mit, dem Doris Marianne Kappelhoff-Special im Jahre 1971 und Doris Day Today im Jahre 1975. Außerdem hatte sie in den 70er Jahren Gastauftritte in verschiedenen Fernsehsendungen. Überraschend übernahm Day in der Saison 1985 und 86 die Rolle einer Fernsehmoderatorin mit ihrer eigenen Talkshow Doris Day's Best Friends, die auf dem christlichen Sender CBN ausgestrahlt wurde. Obwohl die Sendung weltweit große Aufmerksamkeit erregte, stellte der Sender sie nach nur 26 Folgen abrupt ab. In einer Folge trat Days guter Freund Rock Hudson auf, der wie viele nicht wussten, erste Symptome von AIDS zeigte. Tragischerweise erlag Hudson der Krankheit noch im selben Jahr. Day erinnerte sich an ihre instinktive Reaktion. Er war sehr krank, aber ich habe das einfach verdrängt, bin rausgegangen, habe meine Arme um ihn gelegt und gesagt, bin ich froh, dich zu sehen. Dieser rührende Moment zeigt, dass Day auch in schwierigen Zeiten während ihres Bankrotts und ihrer Fernsehkarriere ihre Loyalität und Freundschaft nicht verloren hat. In einem Rechtsstreit, der sich über mehrere Jahre hinzog, versetzte der oberste Gerichtshof von Kalifornien, Jerome Bernard Rosenthal, im Oktober 1985 einen schweren Schlag. Das Gericht lehnte Rosenthal's Berufung gegen das hohe Urteil ab, dass Doris Day in ihrer Klage gegen ihn wegen anwaltlichen Fehlverhaltens zugesprochen worden war. Der oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidungen sowohl eines Gerichts als auch eines Berufungsgerichts und stellte fest, dass Rosenthal bei der Behandlung von Days' Angelegenheiten tatsächlich unangemessen gehandelt hatte. Trotz dieses Rückschlags nahmen Rosenthal's rechtliche Probleme weiter zu. Im April 1986 lehnte es der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten ab, das Urteil der unteren Instanz zu überprüfen, was den Sieg von Day in diesem Rechtsstreit weiter festigte. Rosenthal ließ sich jedoch nicht entmutigen. Überraschend reichte er im Juni 1987 eine 30-Millionen-Dollar-Klage gegen mehrere Anwälte ein, die er beschuldigte, ihn um Millionen von Dollar an Immobilieninvestitionen betrogen zu haben. In einer merkwürdigen Wendung nannte er auch Day als Mitbeklagte und bezeichnete sie als unwillige, unfreiwillige Klickerin, deren Zustimmung nicht eingerollt werden kann. Rosenthal behauptete, dass die finanziellen Verluste von Day in erster Linie das Ergebnis falscher Beratung durch andere Anwälte waren. Er argumentierte, dass die Entscheidungen, drei Hotels mit Verlust zu verkaufen, ebenso wie einige Ölpachtgebiete in Kentucky und Ohio schlecht beraten waren. Weide Hotels, die 1970 für etwa 7 Millionen Dollar verkauft wurden, waren 1986 schätzungsweise 50 Millionen Dollar wert, was die Kontroverse um den Fall weiter anheizte. Terry Melker, der Sohn von Doris Day, deutete an, dass der frühe Tod seines Vaters Day versehentlich vor dem finanziellen Ruin bewahrt haben könnte. Während es ungewiss blieb, ob Martin Melker selbst den Betrug von Jerome Bernard Rosenthal zum Opfer gefallen war, hielt Day öffentlich an der Unschuld ihres verstorbenen Mannes fest und führte seine Handlungen eher auf falsches Vertrauen als auf vorsätzliches Fehlverhalten zurück. Im Gegensatz zu den Behauptungen des Autors David Kaufman, der behauptete, dass Days Abneigung gegen ihren Ehemann Louis Jordan, einen ehemaligen Co-Star, auf etwas anderes hindeutete, schienen Days eigene öffentlichen Äußerungen solche Behauptungen zu widerlegen und schilderten eine eher freundschaftliche Beziehung zu Melker. Im März 1989 erlitt Day einen Rückschlag, als seine tiefe Schnittwunde am Bein durch einen Sprinkler sie daran hinderte, an den 61. Oscar-Verleihungen teilzunehmen, wo sie neben Patrick Swayze und Marvin Holmisch den Preis für die beste Filmmusik präsentieren sollte. Trotz der Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert war, erhielt Day weiterhin Auszeichnungen für ihren Beitrag zur Unterhaltungsindustrie. Ebenfalls 1981 wurde sie in die Ohio Women's Hall of Fame aufgenommen und 1989 erhielt sie den prestigeträchtigen Cecile Blount dem Mill Award für ihre herausragenden beruflichen Leistungen. Darüber hinaus schlug ihr Greatest Hits Album 1994 in den britischen Charts hohe Wellen und ihre Interpretation von Perhaps, Perhaps, Perhaps fand Eingang in den Soundtrack des gefeierten australischen Films Strictly Ballroom. In ihren späteren Jahren feierte Doris Day ihren Geburtstag mit einem jährlichen Doris Day Musikmarathon, eine Tradition, die es ihr ermöglichte, mit ihren treuen Fans in Kontakt zu treten und in Erinnerungen an ihre glanzvolle Karriere zu schwelgen. Trotz ihres Status als Ikone der Unterhaltungsindustrie lehnte Doris Day Ehrungen von angesehenen Institutionen wie dem American Film Institute und den Kennedy Center Honors ab, da die Empfänger persönlich anwesend sein mussten. Im Jahre 2004 wurde ihr jedoch von Präsident George Bush die prestigeträchtige Presidential Medal of Freedom in Anerkennung ihrer bemerkenswerten Leistungen in der Unterhaltungsbranche und ihres unermüdlichen Einsatzes für den Tierschutz verliehen. Präsident Bush lobte ihre vielseitigen Talente und ihre aufrichtige Hingabe, bezeichnete sie als eine der ganz großen und drückte die anhaltende Zuneigung Amerikas für seine Liebste aus. Die Kolumnistin Liz Smith und der Filmkritiker Rex Reed führten Kampagnen an, in denen sie die Academy aufforderten, Day einen Ehrenpreis zu verleihen, um ihre Verdienste weiter zu würdigen. Trotz mehrerer Angebote der Academy lehnte Day ab, da sie die Filmindustrie als ein Kapitel ihres vergangenen Lebens betrachtete. Dennoch wurde Day 2008 mit einem Grammy für ihr Lebenswerk in der Musik geehrt, was zeigt, wie sehr sie die Musikwelt beeinflusst hat. Zudem wurden ihre Aufnahmen von Sentimental Journey, Secret Love und Que Será Será in den Jahren 1989, 99 bzw. 2012 in die Grammy Hall of Fame aufgenommen. Weitere Anerkennung erhielt Day im Jahre 2007 mit ihrer Aufnahme in die Hitparade Hall of Fame, gefolgt von der Verleihung des ersten Legend Award der Society of Singers im Jahre 2010. Im bemerkenswerten Alter von 89 Jahren sorgte Doris Day am 5. September 2011 mit der Veröffentlichung von My Heart im Vereinigten Königreich für Schlagzeilen. Dies war ihr erstes Album seit 1994, nämlich The Love Album, das 1967 aufgenommen wurde. Das von ihrem Sohn Terry Malker produzierte Album enthielt eine fesselnde Mischung aus bisher unveröffentlichten Aufnahmen, darunter beliebte Titel wie You Are So Beautiful von Joe Cocker, Disney Girls von den Beach Boys und zeitlose Jazz Standards wie My Buddy, das Day ursprünglich in dem Film I'll See You In My Dreams gesungen hatte. In den Vereinigten Staaten stieg My Heart bis auf Platz 12 der Amazon-Bestsellerliste, erntete breite Anerkennung und trug zu Spendenaktionen für die Doris Day Animal League bei. Day schrieb Geschichte, indem sie die älteste Künstlerin wurde, die mit neuem Material ein Top-10-Album im Vereinigten Königreich erreichte, was ihre anhaltende Popularität über Generationen hinweg festigte. Im Januar 2012 ehrte die Los Angeles Film Critics Association Day mit dem prestigeträchtigen Lifetime Achievement Award und würdigte damit ihren unvergleichlichen Beitrag zur Welt der Unterhaltung. Trotz ihres fortschreitenden Alters engagierte sich Day weiterhin aktiv für ihre philanthropischen Bestrebungen und trat im April 2014 unerwartet öffentlich auf, um an der jährlichen Benefizveranstaltung der Doris Day Animal Foundation teilzunehmen und damit ihr unermüdliches Engagement für den Tierschutz zu demonstrieren. Während der Dreharbeiten zu dem Film Der Mann, der zu viel wusste, wurde Doris Day Zeugin der Misshandlung von Tieren in einer Marktplatzszene, was sie dazu veranlasste, sich gegen die Misshandlung von Tieren auszusprechen. Sie weigerte sich, die Arbeit fortzusetzen, solange die Tiere nicht angemessen versorgt wurden und zwang die Produktionsfirma, Futterstationen einzurichten und dafür zu sorgen, dass die Tiere täglich ausreichend gefüttert und versorgt wurden. 1971 war Day Mitbegründerin der Organisation Actors and Artists for Animals. Ein wichtiger Schritt in ihrem lebenslangen Engagement für den Tierschutz. Zusammen mit anderen Prominenten wie Mary Tyler Moore, Angie Dickinson und Jane Meadows erschien Day in Zeitungsanzeigen, in denen sie das Tragen von Pelz verurteilte und nutzte ihre Plattform, um sich für die ethische Behandlung von Tieren einzusetzen. Im Jahre 1978 gründete Day die Doris Day Pet Foundation, die heute als Doris Day Animal Foundation bekannt ist und verschiedene gemeinnützige Organisationen unterstützt, die sich für den Tierschutz einsetzen. Ergänzend zu dieser Initiative gründete Day 1987 die Doris Day Animal League, eine nationale gemeinnützige Organisation, die sich auf die Lobbyarbeit im Kongress konzentriert, um Gesetze zum Schutz der Rechte von Tieren zu erlassen. Ihr ganzes Leben lang engagierte sich Day aktiv in der Lobbyarbeit und setzte sich für gesetzliche Maßnahmen zum Schutz von Tieren ein. Ihre beharrliche Lobbyarbeit hatte einen erheblichen Einfluss auf die Tierschutzgesetzgebung in den Vereinigten Staaten. Im Jahre 2011 eröffnete das Doris Day Horse Rescue and Adoption Center in Murchison in Texas seine Pforten auf dem Gelände eines Tierheims, das von Days verstorbenen Freund, dem Schriftsteller Cleveland Amory, gegründet wurde. Day trug großzügig 250.000 Dollar zur Gründung des Zentrums bei und untermauerte damit ihr Engagement für das Wohlergehen von Tieren. Neben ihren bemerkenswerten Beiträgen zum Tierschutz war Day auch sehr daran interessiert, das Bewusstsein für HIV-AIDS zu schärfen. Viele Jahre lang widmete sie sich dem Sammeln von Spenden für Wohltätigkeitsorganisationen, die sich mit HIV und AIDS befassten und der Unterstützung von Programmen, die darauf abzielen, den von dieser Krankheit Betroffenen zu helfen. Day war Mitorganisatorin zahlreicher Fundraising-Veranstaltungen und leistete erhebliche finanzielle Beiträge zu Forschungs- und Hilfsprogrammen. In Anerkennung ihres Engagements wurde Day von der kanadischen Zeitschrift Gay Globe geehrt, die sie 2011 auf dem Cover ihrer 79. Ausgabe des Magazins abbildete. Diese Ehrung zeigte ihren bedeutenden Einfluss auf das Bewusstsein für HIV-AIDS und ihr unermüdliches Engagement für die Unterstützung der LGBTQ-Gemeinschaft und der von der Krankheit betroffenen Menschen. Doris Day's Engagement inspiriert nach wie vor und hat das Leben vieler Menschen positiv verändert. Doris Day's Liebesleben war von vier Ehen geprägt, von denen jede ihre eigenen Irrungen und Wirrungen mit sich brachte. Ihre erste Ehe mit dem Posaunisten Al Jordan dauerte von April 1941 bis Februar 1943. Leider litt Jordan in heftiger Schizophrenie und nahm sich auf tragische Weise das Leben. Die Beziehung der beiden war turbulent und Jordan griff zu körperlicher Gewalt, als Day sich weigerte, während ihrer Schwangerschaft mit dem 1942 geborenen Sohn Terence Paul Jordan abzutreiben. Terence nahm später den Nachnamen Merker an, nachdem er von Day's dritten Ehemann adoptiert worden war. In zweiter Ehe war sie vom 30. März 1946 bis zum 31. Mai 1949 mit George William Weidler, einem Saxophonisten, verheiratet. Trotz einer kurzen Versöhnung Jahre später, in der Weidler sie in die christliche Wissenschaft einführte, endete die Ehe schließlich. In ihrer dritten Ehe heiratete Day den amerikanischen Filmproduzenten Martin Melker am 3. April 1951, zeitgleich mit ihrem 29. Geburtstag. Melker produzierte viele ihrer Filme, doch die Ehe war nicht unproblematisch, da Day aufgrund ihres christlich-wissenschaftlichen Glaubens nicht bereit war, sich in ärztliche Behandlung zu begeben, selbst wenn sie unter Symptome litt. Melker verstarb im April 1968 und hinterließ einen tiefen Eindruck bei Day, die sich schließlich von der Church of Christ distanzierte. Ihre vierte Ehe mit Barry Comden dauerte vom 14. April 1976 bis zum 2. April 1982. Comden, Kellner in einem von Day's Lieblingsrestaurants, eroberte ihr Herz zunächst mit einer aufmerksamen Geste, die eine Tüte mit Fleischresten und Knochen für ihre geliebten Hunde beinhaltete. Die Beziehung der beiden verschlechterte sich jedoch mit der Zeit, da Comden sich im Vergleich zu Day's Zuneigung zu ihren tierischen Begleitern vernachlässigt fühlte. Doris Day hatte eine komplexe Beziehung zu ihrem Sohn Terry, die von Herausforderungen wie Terrys Adoption durch ihren dritten Ehemann Martin Melker geprägt war. Trotzdem hatten sie eine enge und dauerhafte Bindung zueinander. Vielmehr hatte es den Anschein, dass Bob Beshara Hindernisse für ihre Wiedervereinigung geschaffen hat. Nach dem Tod von Terry Melker im Jahre 2004 mischte sich der Manager von Doris, Bob Beshara, stärker in ihr Leben ein. Laut Ryan begann Beshara, Doris' Interaktionen zu kontrollieren, einschließlich derjenigen mit ihrem Enkel. Ryan versuchte, wieder Kontakt zu seiner Großmutter aufzunehmen, aber Beshara machte es ihm schwer. Er hatte erheblichen Einfluss auf Doris privates und berufliches Leben und sogar auf ihre familiären Beziehungen. Beshara sorgte dafür, dass seine eigenen Familienmitglieder Doris' Stiftung kontrollierten, wodurch er die Kontrolle über ihre Aktivitäten einschließlich ihrer Wohltätigkeitsarbeit erhielt. Trotz Ryans Bemühungen, ihre Beziehung zu kippen, stieß er aufgrund von Besharas Einmischung auf zahlreiche Hindernisse. Ryan befürchtete, dass ein zu starker Druck seiner Großmutter schaden könnte, zumal sie bereits mit ihrer geistigen Gesundheit zu kämpfen hatte. Da er befürchtete, dass seine Bemühungen ihr Wohlbefinden verschlechtern könnten, traf Ryan die schwierige Entscheidung, sich zurückzuziehen und nicht mehr zu versuchen, wieder Kontakt zu ihr aufzunehmen. Die Entfremdung von ihrem Enkel blieb für Doris Day trotz ihres Wunsches, ihre Beziehung zu verbessern, eine Quelle tiefen Kummers. Wie eine Brieffreundin von Day mitteilte, schienen die Umstände und Besharas Einmischung unüberwindbar zu sein. Diese schmerzhafte Trennung überschattete ihre späteren Jahre und trug zu den persönlichen Herausforderungen bei, bei denen sie in dieser Zeit gegenüberstand. Am 13. Mai 2019 verstarb Doris Day im Alter von 97 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung in ihrem Haus in Carmel Valley in Kalifornien. Ihr Tod wurde von der Doris Day Animal Foundation bestätigt und markierte das Ende einer Ära für Fans und Bewunderer weltweit. Getreu ihrer bescheidenen Art hatte Day besondere Wünsche für ihren letzten Weg geäußert. In Übereinstimmung mit ihren Wünschen gab die Stiftung bekannt, dass es keine förmlichen Trauerfeiern, Grabsteine oder öffentliche Gedenkfeiern zu ihrem Tod geben würde. Auch nach ihrem Tod bleibt Day's Vermächtnis des Mitgefühls für Tiere bestehen. Eine Posthum-Auktion von 1.100 von Day's Besitztümern, die im April 2020 stattfand, erbrachte einen beeindruckenden Betrag von 3 Millionen Dollar für die Doris Day Animal Foundation und stellt sicher, dass ihre Mission, sich für den Tierschutz einzusetzen, auch weiterhin einen bedeutenden Einfluss hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.